Grüezi miteinander und herzlich willkommen hier zu Neues vom Bundesbeißler, das Kanal-Update für Dezember 2018. Und wir haben uns was ausgedacht, zumindest habe ich mir das ausgedacht, ah, jetzt funktioniert es. Und zwar mal in Euro Truck Simulator 2, da wo wir ja auch schon mal die Pilotfolge von Talk im Truck gemacht haben, die ihr ja schon gesehen habt. Machen wir hier mal ein kleines Schwertransport, das habe ich persönlich auch noch gar nicht gemacht in dem Spiel. Aber da muss man schön langsam fahren und das ist jetzt das ideale Spiel, um dieses Kanal-Update zu machen. Und ja, Dezember 2018, ein Scheißjahr geht Gott sei Dank bald zu Ende. Und ich zeichne das ja schon ein paar Tage vorher auf. Ihr seht es ja, wenn ihr das Video hier heute seht, dann haben wir genau den 1.12., also noch einen Monat. Dann haben wir dieses Jahr endlich rum. Und was das für ein Jahr war, liebe Leute, ich glaube, ihr konntet das in viele vorhergegangenen Videos und Kanal-Updates schon vornehmen. Für mich persönlich war das nach 2012 eins der schlimmsten Jahre, die ich überhaupt habe. Und bevor ich aber da nochmal explizit drauf eingehe, wo man auch hier schon wirklich sehr langsam fahren muss. Also ich hoffe, dass ich das da hinbekomme bis zum Formel 1-Renne. Und nicht dann von dem Formel 1-Renne. Das Finale in Abu Dhabi an dem Tag nehme ich es auf, falls ihr das wissen wollt. Ja, aber bevor ich mal ein bisschen Bilanz ziehe und Revue passiere, was mich da für ein Jahr erwartet. Ach, oh, ist die Sicherheitslampe, okay. Und P, der Scheibewischer. Den brauchen wir aber nicht mehr. Es hat nämlich gerade aufgehört. Zu Regen. Wir haben ja im tiefsten Regen gestartet. Wir machen hier einen Schwertransport mit schweren technischen Teilen von Prag nach Nürnberg. Wie ich auch mal eine Tour nach Deutschland gemacht habe. Und so, jetzt haben wir uns mal ein bisschen gelöst. Aber wir fahren trotzdem Schrittgeschwindigkeit. Wir wollen ja möglichst viel von dem Erlös da einsammeln. Habe ich noch nie gemacht. Wie gesagt, Schwertransport in Euro Truck Simulator 2. In einem Mercedes Truck. Ja gut, der Truck ist halt zufällig. Ja, aber was uns hier störe. Ich konzentriere mich nebenher auf das gemütliche Fahren des Schwertransports. Wichtig ist eigentlich der Inhalt. Und das ist der Kanalupdate hier. Dezember 2019. Und ja, im September haben wir ja damals die YouTube-Pause für bis Ende des Jahres angekündigt gehabt. Da ist ja außer RegFest und jetzt halt zu Ende des Jahres noch diverse Specials, die da gekommen sind. Ja nicht mehr viel gekommen auf meinem Kanal. Aber der Beißler kündigt hier wieder sein Comeback an, an der Stelle. 2019 soll es dann wieder richtig losgehen. Wir haben jetzt aktuell noch bis zum 18. RegFest laufen. Und ich habe, ihr habt ja gesehen, ich habe ja hier auch Pilotfolgen von diversen Projekten, die ich ab 2019 machen möchte. Ich erinnere zum Beispiel an Talk im Truck, was jetzt am Dienstag erschienen ist. Wer es noch nicht gesehen hat, kann es sich gerne angucken. Talk im Truck. Und das ist ein neues Format, was wir ab 2019 machen möchten. Talk im Truck. Da spielen wir hier Eurotruck Simulator 2 oder auch American Truck Simulator. Und dann werden wir hier eine schön gemütliche Talkrunde machen. So, jetzt müssen wir hier aufpassen. Wir müssen hier dem Begleitfahrzeug hier folgen. Möglichst ohne zu rammen. Haben wir auch schon mal gesehen. Auch hier Beißlers Crash Truck Edition. Haben wir auch mal gesehen, wie man es nicht machen sollte mit dem LKW. Eben, die Specials sind meistens aus Testaufnahmen entstanden. Wie gesagt, Talk im Truck. Das habe ich in der Pilotfolge gesehen. Dort wird es ein Format gäbe ab 2019. Da werden wir immer mal wieder, wenn wir Themen haben, über die wir mal sprechen sollten, werden wir immer mal wieder in Talk im Truck darüber sprechen. Und wie gesagt, das wird dann hier in Eurotruck Simulator 2 überwiegend, aber auch mal in American Truck Simulator stattfinden. Oh, der Poller muss jetzt leider dran glauben. Aber der macht nicht so viel Schaden. Und das ist ein neues Talkformat. Ich habe ja schon mal vor vier, fünf Jahren wollte ich mal Beißler Talk machen auf dem Kanal. Das ist aber nie was draus geworden. Und das wird quasi das Beißler Talk dann ersetze. Und das soll dann immer mal in unregelmäßigen Abständen, jetzt bin ich doch irgendwo dran geschrammt, an dem Hügel, soll das dann eben kommen. Dann muss ich doch eher mittig fahren, glaube ich. Wenn ich da schon Schaden mache, nur weil ich die Poller mitnehme. Dann ein weiteres neues Format oder ein Retro-Format, Beißlers Retro. Auch dort habt ihr schon eine Pilotfolge gesehen mit MS-DOS 622 und Windows 311. Das wird auch ein unregelmäßiges Format geben, was ich dann öfters mal bringen werde. Nämlich mal in alte Betriebssysteme, alte Software oder alte Spiele mal rein zu gucken. Und um mal zu zeigen, was es denn vor 20, 25, 30 Jahren alles so gab. Und euch das mal zu zeigen und auch mal so gucken, was kann man mit den Betriebssystemen, den der alte heute noch so machen. Das ist ein Format, das wird auch anlaufen ab 2019. Auch da haben wir ja schon eine Pilotfolge gesehen. Dann habe ich auch noch ein Format, da gibt es keine Pilotfolge. Das wird tatsächlich erst ab 2018, jetzt ab 2019 starten. Und zwar, ja wie soll man das nennen? So eine, ja wenn es klappt, wenn es die Arbeit zulässt, wöchentliche Show oder wöchentliches Format. Das dann immer am Montag veröffentlicht wird, natürlich meistens vorher aufgezeichnet wegen der Arbeit. Es heißt Montagsgeschichten. Und wie soll man das nennen? So ein Magazinformat. Ich selber habe das Konzept noch nicht 100% ausgearbeitet. Aber auf jeden Fall wird es im Januar schon mal anlaufen. Denn bei uns im Geschäft wird ab der zweiten Januarwoche der Lade umgebaut. Und dann ist vier bis fünf Wochen zu. Das heißt in dieser Zeit kann ich einiges machen, was ich das ganze Jahr hier nicht machen konnte. Und da werden wir mal vier, fünf Folgen mal machen von der Montagsgeschichte. Schauen wie es ankommt, ob es euch gefällt. Und dann wird man sehen wie es dann weitergeht, wenn unser Geschäft wieder neu eröffnet wird. Und es dann wieder in den normalen Arbeitsbetrieben. Da müssen wir dann mal schauen wie das dann weitergeht mit der Montagsgeschichte. Und ob mir das Format dann selber auch gefällt. Aber da wird es im Januar mal vier Folgen geben von der Montagsgeschichte. Das ist so ein Magazinformat. Da wird irgendein aktuelles Thema vom Wochenende oder auch vom Sport oder sonst was. Politik oder so, was halt gerade wichtig ist, wird dann da halt eben besprochen. Oder auch mal Spiele gemacht oder so. Oder halt auch mal über die neuesten Spiele oder die neuesten Trends gesprochen. Konzepte erarbeite ich mir noch dann bis Ende des Jahres, wie das aussehen soll. Auf jeden Fall die Folge werde ich immer montags um zwei dann komme. Montagsgeschichten hier auf Beißler 97. Ist ja unser Hauptkanal. Das ist schon mal das, was wir an Formate planen. Also Talk im Truck. Dann Beißlers Retro. Und die Montagsgeschichte. Aber halt immer un... Also Talk im Truck schon unregelmäßig. Das ist jetzt nicht als wöchentliches Ding geplant, sondern gerade wie wir gerade was zu talken haben und Lust drauf haben. Da kommt so ein Format wieder. Beißlers Retro auch unregelmäßig. Wenn ich gerade mal wieder Lust habe, die nächste virtuelle Maschine zu zeigen mit einem alten Betriebssystem hier. Dann wird das da auch gemacht. Wir werden dann auch direkt live die Betriebssysteme dann installieren in der Folge und uns das alles angucken. Und halt eben als wöchentliches Format probieren wir zu etablieren die Montagsgeschichte. Die Montagsgeschichte gibt es eine kleine Anekdote dazu, wie ich auf diesen Namen komme. Das ist noch... Das ist noch was aus der Grundschule. Damals, vierte Klasse. Das war so im Jahr 2000. Ich bin ja 1990 geboren. Na, vierte Klasse. Das ist mal so zehn Jahre alt. Das war also im Jahr 2000. Und da haben wir in der Grundschule mal ein Schuljahr so immer montags im Deutschunterricht, das haben wir Montagsgeschichte genannt. Da musste jeder in der Klasse, musste dann so wie eine Art Aufsatz schreiben. Und musste dann, jeder musste dann so ein Erlebnis aus dem Wochenende oder auch sonst was. Also es konnte alles möglich sein vom Wochenende in eine Art Aufsatz aufschreiben. Und dann musste dieser... Oder dann wurden die Aufsätze vorgelesen. Und dann wurde von der Klasse der beste Aufsatz gewählt. Und der wurde dann als Montagsgeschichte nachgestellt. Mit Lego-Klötze oder mit Playmobil-Bauklötze oder auch mit Stühlen und Tischen. Was man halt so im Klassenzimmer hatte, wurde das halt dann nachgestellt. Und dann hat der Lehrer das mit so einem Polaroid-Fotoapparat, hat er das dann fotografiert. Und wurde dann an eine Pintwand gehängt. Wo dann die besten Montagsgeschichten, die nachgestellt wurden, sind vom ganzen Schuljahr. An der Pintwand hinge, die Polaroid-Fotos. Da konnte man sich das alles nochmal angucken. War nur ein Schuljahr, war aber sehr lustig, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich wollte so ein Format schon mal vor drei Jahren bringen. Aber da hat es die Zeit nicht zugelassen. Ich denke, es werden wir auch 2019 gucken müssen mit der Zeit. Aber durch den Umbau kann man im Januar schon mal vier sichere Folgen machen. Vielleicht auch noch eine im Februar. Und dann guckt man mal, wie das so ankommt bei euch. Und eine Montagsgeschichte, also einen Aufsatz von mir war da mal dabei im Jahr 2000. Ein Aufsatz von mir hat es auch mal in die Montagsgeschichte geschafft. Wurde nachgestellt, aber nur ein einziger. Und das ist sehr lustig. Das kann ich ja noch kurz erzählen. Bei dem Aufsatz. Das war Ende 2000. Und ich habe da einen Aufsatz geschrieben über den großen Preis der USA 2000. Damals in Indianapolis. Das war ja das erste Rennen dort. Und habe da über den Frühstart von David Coulthard einen Aufsatz geschrieben. Und der war so lustig geschrieben, dass der die ganze Klasse toll gefunden hat. Der ist wahrscheinlich wieder irgendwo gegen geschrammt. Meine Güte, ja die scheiß Poller da. Muss ich jetzt aber auch richtig mittig auf der Straße fahren hier. Weil der Schaden wird ja auch abgezogen später in der Endabrechnung. Und dann muss man... Und dann fanden die es so lustig, dass ich das dann nachstellen musste. Das war aber eigentlich schon unangenehm. Ich wollte es gar nicht. Aber dann haben wir das mit so... Solche... Wir hatten da solche Würfel, wo man drauf sitzen konnte. Und da hatte man das dann nachgestellt. Und da hat dann der Lehrer... Also wir hatten da... Ich glaube wir waren da zu dritt. Zum Teil. An dem Montag waren da drei Lehrer dabei. Es war so Gemeinschaftsstunde mit drei Lehrern. Und dann der eine Lehrer, der fotografiert hat. Der andere Lehrer, der dann den Schuhmacher gespielt hat. Und ich habe dann den Kultat nachgestellt mit dem Frühstart. Das Foto habe ich leider nicht in meinem Fotoalbum. Das wird bestimmt einige gerne sehen. Aber das habe ich nicht, das Foto. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Oder ob sie das in der Schule mittlerweile entsorgt habe. Und das haben wir dann nachgestellt, wie ich dann versuche den Frühstart vom David Kultat nachzustellen. War sehr lustig. So wird das natürlich nicht aussehen, mein Montagsgeschichte-Format. Aber da wisst ihr schon mal die Anekdote zu dem Namen Montagsgeschichte. Und ich finde das eigentlich als Name ganz okay. Deswegen lasse ich das. Würde mir jetzt sowieso kein besserer Einfall. Wenn wir die Grenze von Tschechien zu Deutschland passiert haben. Mit LKW-Maut ab 12 Tonnen. Alles realistisch dargestellt, die Schüler. Das muss man echt sagen, das Spiel. Ich bin ja jetzt nicht so groß. Die meisten Simulator-Spiele sind da eher mühelos und scheiße dargestellt. Aber der Euro Truck Simulator, American Truck Simulator. Die sind wirklich sehr toll dargestellt worden. Muss man echt sagen. Die spiele ich auch ganz gern. Nicht nur ich, auch Joker. Grüße an dich und der Kenny. Und auch an Valvo, Novian, Jake, Fuxi und alle anderen. Das ist schon mal das Format, was ich etablieren möchte im nächsten Jahr. Dann kommen wir mal zu dem Gameplay. Ich hoffe, da kommt jetzt kein Zug. Sonst ist der auch gleich der Letzte. Alles gut, sagt der Marshall hier. Schwertransporte dürfen PKWs ja nicht überholen. Bekanntermaße. Ich finde gut, dass wir das hier ausgewählt haben. Da muss man sehr langsam fahren. Und da kann man viel dabei reden. Spiele wird es auch im nächsten Jahr geben. Also Wreckfest endet ja am 18. Und dann ist da erstmal Pause bis zum nächsten Jahr. Aber auch Wreckfest wird es wieder was geben natürlich. Wir werden auch wieder was aufnehmen. Wir wissen noch nicht, ob das so funktioniert. Weil E-Wolf, mit dem wir die LAN-Spiele gemacht haben, ist ja Zugmachtwoche. Und dieses Player.me, wissen wir nicht, ob das so funktioniert. Es gibt aber von denen Macher von E-Wolf auch nochmal eine separate Software, wo VMPs simuliert für LAN-Partys. Auch das will ich mir mal noch angucken. Die Software. Also da gucken wir, dass es da dann auch im nächsten Jahr wieder Wreckfest-Folgen gibt. Dann nehmen wir schon fleißig auf. Gut, wir haben bisher nur zwei Aufnahme-Sessions hingekriegt. Aber immerhin sieben Folgen schon. Werde dann nachher, nach dem Formel-1-Rennen mit dem Joker, dann sicher später auch noch weiteres aufnehmen. Nämlich, Motor-Sportmanager wird dann ab 2019 starten. Zum bestimmt vierten oder fünften Mal auf dem Kanal. Und zwar können wir schon verraten, Formel-E werden wir da machen mit Jaguar. So viel verrate ich mal. Es ist schon sehr dunkel hier. Und das wird dann kommen ab, ich denke mal, 2. Januar-Woche. Damit noch ein bisschen Vorlauf habe, die Zeit habe, das noch hochzuladen. Ich muss das ja noch bis Weihnachten, Neujahr hochgeladen haben. Dann wird Football-Manager 2019 kommen. Kann ich auch schon mal verraten. Wir werden mit Joe Gerner bei Ajax Amsterdam spielen. So, werden wir jetzt hier gleich abbiegen müssen. Da steht die Polizei. Da müssen wir jetzt auf die Autobahn hoch. Die will ich leider überhaupt nicht sehen. Wo ist denn da die Autobahn? Wo ist sie denn jetzt? Ich bin da vorbeigefahren. Oh Gott, jetzt müssen wir hier gerade bleiben. Weil man nichts gesehen hat. Ja, super. Kurz im Moment. Jetzt bin ich an der Autobahnauffahrt hier vorbeigefahren. Man hat auch nichts gesehen. Ich muss jetzt irgendwie auf die Autobahnauffahrt rüber. So. Wow. Na, das haben wir aber gerade so noch gerettet. Ohne was kaputt zu machen. Also auch gefickt eingeschädelt, sagen wir mal so. Ich habe die Taste für das Licht noch gesucht. So, jetzt habe ich endlich das Licht hier wieder. So. So. Bitte auf hinteres Begleitfahrzeug warten. Okay. Dann machen wir das mal. Und können aber sehr weit schon mal weitererzählen hier. Also auf jeden Fall, ähm, Football Manager. Jetzt bewegt sich das vordere Begleitfahrzeug. Das heißt, wir können ab jetzt die Fahrt fortsetzen. Ja, durch meine gewagte Wendemanöver, wo wir uns aber nichts kaputt gemacht haben. Aber ich würde mir vor, ich wäre echt LKW-Fahrer mit so einem Scheiß. Mache ich glaube, wir würden mal über den Kopf zusammenschütteln. Auf jeden Fall, ähm, Football Manager. Joe Gerner bei Ajax Amsterdam. Wird, äh, noch gemacht. Und dann möchte ich, da werde ich da noch die Videos, NWR sind sie schon hochklar, aber ich denke, die werde ich noch nach dem Kanal-Update hochladen, wieder eine Rennserie bringen. So unregelmäßig, so wie es der Fuchsi mit Grand Prix 2 macht. Die Automobilista-Formel-1-Meisterschaft soll das werden. Und wir werden dort im 2018er Mod eine Formel-1-Meisterschaft mit 17 Rennen fahren. Da wird es noch mal Testfahrten gäbe im Januar. Also es gibt noch mal die Vorstellung und die ersten Testfahrten noch im alten Jahr und im Januar noch mal Testfahrten, weil das Spiel noch nicht hundertprozentig funktioniert. Und das war es dann auch erstmal für Projekte, weil wir wollen uns ja nicht gleich wieder überfordern. Es wird schon schwer genug. Aber wir versuchen das, die wenige Zeit, die wir haben, hier zu nützen. Ich hoffe, das gelingt mir 2019. 2018 ist mir leider nicht so gelungen. Zu 2018 kann ich sagen, alle Projekte, die 2018 angefangen wurde oder noch laufen, werden ab 2019 nicht mehr weitergeführt. Also ich denke, dass wir Pro Evolution Soccer mit St. Anton Riegel erstmal nicht mehr weitermachen. Und auch diese angefangene Indica-Meisterschaft wird auch nicht mehr weitergeführt. Ich möchte mich von allem alten Scheiß und Projekten von 2018 endgültig lösen. Mit Ausnahme von Rackfest. Aber alles, was angefangen ist, damit möchte ich 2019 nicht mehr viel zu tun haben, weil ich möchte mit diesem Jahr endgültig abschließen. Und ja, wie das dann kommen wird, Motorsportmanager und Footballmanager, habe ich mir noch keine so Gedanken gemacht, wie ich das dann mache wird, wie das dann kommen wird. Also ich denke, Automobilista, Formel 1-Meisterschaft, Qualifying, Samstag, Rennen, Sonntag, Motorsportmanager, könnte ich mir vorstelle, Donnerstag und Freitag, wenn ich Folge habe. Oh, jetzt habe ich fahren. Oh, ich habe doch Licht an hier. Dann mache ich halt das Licht an. Fertig. Ich habe doch Licht an hier. Aber wahrscheinlich nur die Innenbeleuchtung, okay. Also das mit dem Licht habe ich es manchmal noch nicht verstanden. Dann machen wir halt hier dieses Aufblendlicht an. Da wird man sehen. Gleich schon mal Geldstrafe gefahren ohne Licht. Deswegen habe ich auch die Ausfahrt vorhin nicht gesehen. Und ja. Dann eben wird, das ist halt das, was ich dann plane. Und Footballmanager wäre eher sowas für Dienstag, Mittwoch und Montag, die Montagsgeschichte. Ja, ich denke, das ist mal so der grobe Plan, wie das 2019 auf dem Kanal aussieht. Rackfest. Wenn Rackfest-Folgen kommen, dann kommen die natürlich auch weiterhin am Samstag. Da gibt es halt mal an einem Tag zwei Videos. Also genau weiß ich es noch nicht, aber so ist es mal grob. Footballmanager für Dienstag und Mittwoch. Je nachdem, dass man vielleicht eine Folge in der Woche auf jeden Fall macht. Je nachdem, was man aufgenommen hat, ist das eine Folge in der Woche. Beim Motorsportmanager sind es immer zwei, weil eine Folge Training und eine Folge Rennen ist. Footballmanager, da muss man auch gucken, dass man da zwei Wochen, zwei Folgen in der Woche vielleicht schafft. Dass das dann auch Sinn macht. Dann halt Montags, die Montagsgeschichte, Dienstag, Mittwoch, der Footballmanager, Donnerstag und Freitag. Aber das ist halt dann die ganze Woche vollgeplant. Da muss man gucken, ob das so realisiert. Das ist so der Plan. Aber ihr wisst ja, Pläne werden auch gerne mal umgeworfen, ob das dann so realisiert werden kann. Das weiß ich nicht. Ja, das ist schon mal zum groben Plan für 2019. Ich werde auf jeden Fall an meine Kanäle, also ich behalte beide YouTube-Kanäle. Wir wissen ja auch noch nicht, wie das mit Artikel 13 dann aussehen wird, den Upload-Filter. Dazu möchte ich aber ein extra Video machen, was dann da, vielleicht dauert es auch nur noch ein, zwei Jahre, wie wir hier YouTube in der Form machen können und dann ist es vorbei. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es zu dem geplante... Oh Gott. Das ruckelt massiv. Das ist nicht gut. Ja, da hoffe ich mal, dass das hier noch über die Bühne gebracht werden kann. Weil das ruckelt hier massiv. Jetzt. Ich weiß nicht, warum das Spiel jetzt hier so dermaßen ruckelt. Ich hoffe, ihr seht es dann auch. Das muss vom Spiel liegen. Geschwindigkeit anpassen. Okay. Ja, jetzt mit dem Geruckel hier. Ich bitte, das zu entschuldigen. Ich weiß jetzt nicht, warum das Spiel hier so massiv ruckelt. Wir gucken einfach, dass wir das jetzt hier ordentlich hinbekommen. So ist es natürlich kein angenehmes Fahren jetzt. Es muss am Spiel liegen, dass das jetzt hier so ruckelt. Das sollte uns aber nicht stören. Das war für 2,19. Ja, Jahresrückblick steht noch an. ihr seht es hier am, wenn ihr das Video hier seht, es ist der erste. Das ist ein Samstag. Es könnte sein, dass an diesem Tag auch der Jahresrückblick stattfindet. Aber sicher ist es noch nicht. Ich möchte das mir noch ein bisschen aufrechterhalten. Oder noch ein bisschen wie soll ich sage, offen halten, ob es einen Jahresrückblick geben wird. Wenn es den Jahresrückblick geben wird, werdet ihr den dann wahrscheinlich an diesem Samstag sehen. Was mich jetzt massiv stört, ist das Geruckel von dem Spiel hier. Dass jetzt aus dem Heiteren nichts raus hier ruckelt. Wenn ich mal kurz hier ins Menü gehe und mal gucken, ob der hier noch aufnimmt. Das tut er. Die Prozessorleistung ist auch sehr gering. Also das sollte nicht das Problem sein. Gehen wir mal wieder in die Fahrt zurück. Vielleicht wird es jetzt besser. Ne, nicht wirklich. Also das muss jetzt mit dem Spiel da zu tun haben. Dass das jetzt ruckelt. Mit der Map hier. Aber wir sollten das ja hoffentlich durchbringen. Ja, das mal so weit zu dem Jahresrückblick. Also es könnte sein, dass der dann an diesem Samstag erscheint, der Jahresrückblick. Vorhin war es ja nach dem Speichern das Geruckel. Mal gucken, ob es jetzt besser ist. Naja, wir fahren das jetzt so zu Ende. Ich weiß nicht, was da jetzt los ist. Ist nur halt ein bisschen unangenehm zum Fahren, finde ich. Ich hoffe, dass das dann sich mit einem Neustart des Spiels widerlegt. Bei Tork im Truck und dann ruckelt es so. Das wäre natürlich auch unangenehm. Ist natürlich schlecht für den Spurwechsel. Da habe ich zu arg abgebremst. 2018. Also Jahresrückblick. Könnte sein, dass das dann an diesem Samstag kommt. Sicher ist das aber noch nicht. Das wird dann kurz vorher bekannt gegeben. Was sicher ist, dass ich den falschen Blinker gesetzt habe. Was sicher ist, dass ich auf jeden Fall was ändern wird im Bereich Social Media. Jetzt hängt da der Aufleger. Durch das Geruckel ist das natürlich ziemlich mies. Jetzt hängt es da in einem Huckel drin. Ja, ich muss die Differenzialsperre lösen, dass der überhaupt wieder weiterfährt. wieder ein Manöver steht bevor. Sich wieder runterbremsen. Ich habe ja noch von Beisler Motorsport einen Twitter-Account und eine Facebook-Seite. Das kündige ich jetzt schon mal an. Diese wird zum 1.12., also zu jetzt oder zum 1.1. wird die, denke, die wird zum 1.12. hin jetzt, also zum heutigen Tag, wo das Video hier rauskommt, wird dieses Ah! Scheißgeruckel, das beeinträchtigt mich doch schon jetzt hier. Wird da, wird die Facebook-Seite von Beisler Motorsport und die Twitter-Seite, der Twitter-Account gelöscht werden. Also es wird dann vereinheitlicht nur noch für einen Instagram, einen Twitter und eine Facebook-Seite und natürlich auch nur noch oder natürlich auch zwei Kanäle weiterhin. das kommt vom Spiel, das ruckelt massiv. Das geht mal schon ein bisschen auf die Nüsse, warum das jetzt hier so ruckelt. Kommt da fast nicht vorwärts, deswegen. Gut, das mal so weit. Ich möchte aber noch kurz, wir haben noch ein bisschen Zeit, ich sehe, eine Viertelstunde ist noch drin. Lassen wir uns von dem Geruckeln nicht weiter beirren, weil das wird eh nicht mehr besser, muss das Spiel wahrscheinlich neu starten wieder. Hatte ich noch nie in dem Spiel, aber jetzt ist halt massiv, das muss ein Bug jetzt an dem Spiel sein mit dem Schwertransport. jetzt jetzt ist wieder besser. Das war jetzt wohl ein bestimmter Abschnitt, jetzt ist das Ruckeln wieder weg, war wohl jetzt ein bestimmter Abschnitt, wo es dann nicht so war. Gut, wie dem auch sei, 2018, ja, sollte ich einen Jahresrückblick machen, wenn man ja mit Gäste habe, da wäre ich nicht so ausführlich dazu gekommen. Ich möchte gern nochmal ein bisschen Bilanz ziehen zu 2018. 2018, wir haben jetzt alles Wichtige, was im nächsten Jahr kommt, besprochen und auch angeschnitten, auch mit dem Social Media, das habe ich noch kurz angeschnitten, dass sich da was vereinheitlicher wird. 2018, meine lieben Freunde, war ein Jahr, um es auf gut Deutsch zu sagen, es war für mich das schlimmste Jahr seit 2012. 2012 war berufstechnisch oder arbeitstechnisch von der Arbeit her war 2012 noch das schlimmste Jahr für mich, aber 2018 war in allen Belangen eines der schlimmsten und schrecklichsten Jahre, die ich jeweils gehabt habe. Muss man leider so sagen, wenn wir hier den Parkvorgang abschließen. Erledigt. hätten 1000 Euro Schaden hat es gekostet. Schwertransport erledigt und können jetzt wieder was zerbrechliche Fracht, sparsame Fahrweise, machen wir ein bisschen sparsame Fahrweise hier. Ich bin heute fertig mit Erzählen, machen wir noch eine schnelle Fracht zwischen Reihen, muss jetzt aber kein Schwertransport sein, eine ganz stinknormale Fracht. Hier Tierfutter können wir machen, Erbsen, Vorrat, Zank. Ich mache mal hier Tierfutter von Prag nach Katowice, nach Polen. Dass wir doch eine Fahrt haben und was erzählt können. Ich hoffe, da ruckelt es jetzt nicht so. Das war jetzt gerade eben schon sehr, sehr, da müssen wir jetzt auch nicht mehr so aber das war der erste Spezialauftrag, den wir da erledigt haben. Und da können wir hier schön zurückblicken über 2018. Wie gesagt, eines der schlimmsten Jahre, die ich jeweils gehabt habe. Ich denke, wer die Kanal-Updates und Pausen und Special-Videos gesehen hat, der wird es nachvollziehen können. Es hat schon Ende 2017 der Weihnachtszeit nicht gut angefangen und da hat man schon ahnen können, was 2018 auf mich zukommt. Ja, ich fasse das einfach mal so die negativen, aber auch die wenigen positiven Ereignisse, die ich doch hatte 2018. Es gab ein paar. Ich werde im Jahresrück zwar nochmal was dazu sagen, aber jetzt hier nochmal im Kanal-Update. Ja, im Frühjahr hat schon eben zur Weihnachtszeit 2017 hat schon nicht gut angefangen, aber es wurde dann schlimmer. Februar, März 2018 um meinen Geburtstag rum hatte ich dann Rückenprobleme, eingeklemmter Ischiasnerv, da bin ich glaube ich drei Wochen krankheitsbedingt ausgefallen. Das hat sich sogar leider auch, das hat da sogar mein Geburtstag versaut, der war wirklich nicht toll, also das war ein scheiß Geburtstag, den wir hier erleben mussten. Mit Rückenschmerzen, ich habe zwar mit meiner Mutter immer Kaffee getrunken, mein Kumpel, der Matze Schweizer, konnte dieses Jahr auch nicht kommen, der hat sich zeitgleich hat er sich beim Arbeitsunfall den Fuß verletzt und ich habe Rückenprobleme gehabt, konnte kaum sitzen, also in dem Kaffee war das auch nicht angenehm zu sitzen mit dem eingeklemmten Ischiasnerv, also das war schon mal mies und auch generell wie es bei uns auf der Arbeit gelaufen ist, muss ich sagen, furchtbar, es war wirklich eine einzige Katastrophe, Mitte unterbesetzt, dass an Urlaub nicht mal mehr zu denken war, also furchtbar, also so ein Jahr möchte ich nicht noch einmal erlebe, hat mir auch die Lust und den Spaß an vielem genommen, muss ich ehrlich sagen, deswegen bei den Livestreams muss ich sagen, ja, das hatte sich schon Ende 2017 angedeutet, dass es so nicht mehr weitergeht, dass es zu viel war, jede Woche da einen Livestream rauszubringen und eine Rennserie, also arbeitstechnisch und auch privat, also mir ging es wirklich phasenweise des Jahres nicht sehr gut, nicht sehr gut, den tiefsten Tiefpunkt habe ich jetzt im Herbst erlitten, da war ich, eben war kaum Urlaub möglich, weil wir so wenig Leute waren, ich war dann im September, Oktober wirklich so durchgearbeitet, dass ich wirklich an einem Tiefpunkt angekommen bin, Gott sei Dank haben wir dann auch mal wieder Leute dazu bekommen, dann Mitte des Jahres, wo ich dann zwei Wochen Urlaub machen konnte im Oktober, also mir ging es wirklich schlimm, also im September, Oktober war so der Tiefpunkt des Jahres, mittlerweile muss ich sagen, ja, es ist nicht wirklich besser geworden, ich sollte mal Licht anmachen, es ist nicht wirklich, ja, es ist jetzt zumindest vom Personal her besser geworden bei uns, aber halt so meine Grundstimmung ist halt nicht wirklich mehr die beste, ich sehne mich nach Veränderung, spüre ich immer mehr und ich werde es aber jetzt Stück für Stück angehen, ich werde schaue, was sich ergibt und wenn sich die Chance ergibt, etwas anderes machen zu können, beruflich, privat, sonst was, dann werde ich diese Chance auch nützen, weil irgendwas muss sich verändern und irgendwas wird sich 2019 verändern, das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, ich weiß, das erzähle ich auch schon bestimmt zwei Jahre, aber nächstes Jahr soll dann wirklich mal der Arsch aus der Hose genommen werden und dann mal wirklich mal was getan werden dafür, denn von nichts kommt ja bekanntlich nichts. ja also besser gesagt es war auch privat ich bin auch verarscht woche von einigen leuten möchte da keine namen nennen aber mitte des jahres bin ich da auch von einem verarscht woche der mir da große hoffnungen gemacht hat er hätte was für mich und er könnte mir da helfen ich wie gesagt ich nenne keine namen aber dann kam hinterher nix nur noch eine müde SMS nach der dritten vierten SMS kam nur noch eine müde SMS tut mir leid ist schon vergeben wurde was aber nicht erst seit gestern wusste also ich treten also da muss ich sagen der hat es auf ewig verschießen das hätten schon einige erleben müssen einige ex klasse kamerade einige ex kumpels und auch schon meine familie also da haben schon einige das erleben müssen wie das ist wenn sie es einmal bei mir verschießen haben dann ist da auch kein Weg mehr zurück da bin ich rigoros das habe ich auch von meiner Pflegemutter die ist da ähnlich rigoros weil dann habe ich in diesem Jahr auch mit einem Stalker zu tun gehabt der wirklich sexistisch satanistisch straufisch den ich sogar jetzt letztens aus dem Lade werfen musste sogar weil er mich bedrängt hat also in alle Belange war das kein gutes Jahr 2018 ich werde im Jahresrückblick nochmal drüber erzählen möchte jetzt aber noch die Tour ja auch schon bald wieder abzuschließen und bald ist aus Formel 1 Rennen sollte man uns beeilen möchte ich dann auch ganz klar sage die positiven Ereignisse für 2018 da gab es nicht sehr viele eins was mir auf jeden Fall an das ich mich noch gerne weiter erinnern werde egal wie das Jahr 2018 war das war die Wahl zum Oberbürgermeister von Martin Horn hier bei uns in Freiburg ich war in der Woche vor dem ersten Wahlgang bis zur Wahlparty intensiv noch mit dabei davor habe habe noch gar nicht so interessiert gehabt erst durch meinen Friseur Grüße an meinen Friseur den Berthold Krieger bin ich jetzt erst da drauf gekommen habe mich dann erst interessiert davor hätte ich mit Martin Horn nicht so viel anfangen können weil ich gedacht er wird eh nicht gewinnen und es war eine schöne intensive Zeit diese 2-3 Wochen die ich da miterlebe durfte also wirklich einmal beim 24 Stunden Stand 4-2 Stunden Wohnzimmer da am Synagogeplatz wo ich da glaube ich von der Spätschicht kam und bis 5-6-7 Uhr dort gewesen bin und dann auch natürlich die noch einige Nächte wo ich da mal bis 2-3 Uhr nachts da an dem Wahlkampf stand gestanden bin auch mal ein Mittag wo ich von der Frühschicht kam mal bis 3 Uhr nachts dort war so viel erlebt eine Veranstaltung Horn vor Ort in Landwasser bei uns besucht am 1. Mai intensiv noch mit dabei gewesen wo ich vorher auch noch nie bei der 1. Mai Kundgebung dabei war und dann natürlich die Wahlparty unvergessen natürlich nicht zu erwähnen dass da der Martin Horn von einem ins Gesicht geschlagen bekommen hat das war nicht sehr schön also das wollen wir nicht erwähnen aber die Wahlparty leider hatte ich da eine 6 Uhr Frühschicht was ich im Nachhinein bedauere dass nicht unser Arbeitskollege der jetzt bei Getränke ist nicht schon früher gekommen ist sonst hätte ich eine 14 Uhr machen dann wäre bis 5 Uhr 6 auf der Wahlparty gewesen aber das sind so Eindrücke die bleiben mir auf jeden Fall ein Leben lang es ist so das einzig positive vom Jahr 2018 gab es sonst noch was positives ich glaube dann hält sich eigentlich schon wieder in Grenze sehr viel positives gab es in dem Jahr nicht ist nicht passiert in dem Jahr die Fußball WM die kann man ja vergesse das war ja nix die Deutschen sind sehr früh rausgeflogen die Schweiz ist immer ins Achtelfinale gekommen aber immer hat mir die ganze WM nicht gefallen also von daher ja das war so 2018 im Grund genommen ist das einfach nur scheiße gewesen das Jahr scheiße von A bis Z für 2000 ja ist mir jetzt egal ob die rote Ampel das Formel 1 Rennen geht doch gleich los ich muss mich doch beeilen ein bisschen und ja diesbezüglich muss ich sage was soll's hätte wenn und aber was soll es 2019 ich nehme mir da nichts vor ich möchte einfach dass das Jahr wieder etwas besser wird dass ich wieder etwas mehr lachen kann etwas glücklicher bin aber so wie es aktuell ist ist das leider nicht der Fall aber wie gesagt da muss ich den Arsch aus der Hose nehmen 2019 gucken was sich da ergibt auf jeden Fall soll das Jahr eine Steigerung wäre zu 2018 also 2018 nach 2012 2012 war beruflich gesehen noch ein Tic schlimmer als 2018 also da war 2012 muss ich sagen war ich beruflich gesehen noch weiter am Boden da war ich sogar mal wirklich psychisch so weit dass ich mich fast selbst eingeliefert hätte aber 2018 muss ich sagen ja war ein Tiefpunkt aber noch so dass ich es gerade noch verkraften kann 2019 erwarte ich einfach nichts gesund bleibe und irgendwie wieder mit Freude Projekte machen können und das hoffe ich dass mir das gelingt das Licht können wir eigentlich ausmachen es wird schon Tag da hubern wir mal den Salle Kollege so ein bisschen auf die Tube drücken damit wir die Tour hier abschließen können werde es eh nicht ganz pünktlich zum Rennstart schaffen ich werde hier ein bisschen was verpassen beim Rennstart das ist dann wohl so nun mal ja mehr gibt es eigentlich zu dem 2018 nimmer zu sagen es wird dann noch einen Jahresrückblick geben Geschwindigkeitsüberschreitung ist mir jetzt egal weil das Formel 1 Rennen ist gleich und da muss man sich beeilen ja was was gibt es noch zu sagen man kann auch ein bisschen anschneiden ich werde dann denke ich im Jahresrückblick noch einmal auf diese Momente eingehen ich wollte noch mal schon mal einiges schon vorweg sagen und auch irgendwann mal altes begraben bin froh dass das dann nur noch einen Monat jetzt geht dieses Jahr dass wir dann damit hier fertig sind was gibt es dazu noch zu sagen nicht mehr viel 2019 können wir nochmal Vorausblick machen also wie gesagt Motorsportmanager Footballmanager Montagsgeschichte und in unregelmäßigen Abständen Talk im Truck und weiß was Retro was habe ich doch noch vergesse glaube ich aber was ich mal erwähnt habe am Anfang naja die Automobilista Formel 1 Meisterschaft stimmt irgendwas habe ich doch vergesse jetzt geht es hier mal Kuhlwitze boah das fuck na alter ohne zu schramme hier ja vielleicht noch ganz interessant die Automobilista Formel 1 Meisterschaft die wird überwiegend alleine von mir kommentiert der Novian weiß schon Bescheid deswegen kann ich das ja auch so gut erwähne dass ich in Zukunft ohne Co-Kommentator in den meisten Fällen die Rennserie kommentiere also Livestreams wie es 2016 und 2017 war jede Woche ein Livestream das wird es hier auf dem Kanal nicht mehr geben das war einfach zu viel jetzt zum Ende hin was aber noch was es aber geben wird sind immer mal wieder Livestreams ich habe jetzt hier seitdem ich den PC neu installiert habe noch keine ausprobiert ich habe ja auch mein OBS gewechselt die Klassik OBS Variante macht auf Windows 10 Probleme aber OBS Studio das ist auch ganz hervorragend das ist toll das ist viel besser ganz toll gemacht hier oh Mautstelle ich hoffe wir jetzt nicht mit Vollgas hier rein dübeln wie damals bei wir erinnern uns damals jetzt haben wir die Maut bezahlt hier dann gehen wir mal auf die Autobahn also Nobil es tut mir sehr leid für dich aber diese Kommentationen wird es nicht mehr geben Livestreams wird es immer mal unregelmäßig dann bestimmt auch Themen zu Themen geben Themen Livestreams oder wenn ich jetzt gerade irgendein Spiel habe was ich gerne mal zeigen will muss man auch mal gucken ob das funktioniert mit dem Computer das beim Jahresrückblick schon sehe ob das klappt ja das mal so weit da dazu können wir jetzt mal ruhig ein bisschen schneller fahren hier wir werden eh den Start von dem Formel 1 Rennen verpassen was ich mir dann auf Englisch angucken werde aber da werden wir dann eh ein paar Runden verpassen aber ist mir egal eigentlich weil das geht um eh nichts mehr das ist letzte Rennen es geht eh um nichts mehr die Titel sind vergeppe wenn ich da mal jetzt 10 Runden verpasse tut mir das auch nicht mal weh ich bin auch ganz froh dass jetzt die Formel 1 oder Motorsport Saison rum ist so eine Pause tut ganz gut jetzt bis im Dezember startet die Formel E aber das ist ja nur ein Rennen tut mal ganz gut ich weiß auch noch gar wie ich das dann nächstes Jahr machen werde da werde ich das sicher auch mal mir die Rennserie aussuchen also ich werde da nicht jedes Rennen gucken Formel 1 ja Formel E DTM aber dann MotoGP zum Beispiel muss man mal gucken dann wieder schön die Tour fahre geht auch noch ein bisschen was doch viel zu langsam hier ein bisschen Zeit ein hole ja als im Besandere muss ich sagen viel gibt es jetzt in dem Kanal nicht zu sagen also jetzt haben wir einen Punkt wo ich sagen muss wir haben jetzt aber hier noch die Tour die fahren wir jetzt natürlich anständig zu Ende aber ich habe jetzt nicht mehr viel Infos also wie gesagt ich fasse das vielleicht nochmal zusammen also drei Projekte wird es geben zwei Manager Spiele Motorsport Manager und Football Manager dann die Automobilista Formel 1 Meisterschaft wenn das Spiel funktioniert wir haben bisher noch Probleme damit und immer wenn ein Projekt ausgeht kommt dann schon das nächste wieder dann Montags Geschichten Talk im Truck und Beißlers Retro aber Talk im Truck und Beißlers Retro unregelmäßig Montags Geschichte wenn wir mal im Januar vier Folge machen dann gucken wir mal wie sich das ergibt es ist aber komisch diese Vögel die hier oben drin sind soll das Vögel darstelle ja gut ich fahre hier auch nur auf niedrige Grafikstufe weil die Grafikkarte sonst am Limit ist also das mal soweit zusammengefasst was 2019 erwarten kann oder uns erwarten wird 2018 kommen wie gesagt jetzt noch ein paar Specials die ja noch nicht gesehen aber es kommt jetzt noch die Saisonvorstellung und die ersten Testfahrten kommen noch und der Jahresrückblick und Rackfest bis zum 18 Rackfest wird natürlich als unregelmäßiges Projekt auch im 2019 weitergeführt da kommt sicher wieder mehr zusammen wie bei allem andere drückt doch mal aufs Gas bei Automobilista Formel 1 jetzt werde ich es auch so machen wie der Fuchsi der dann glaube ich alle zwei drei Wochen mal so ein Rennen aufnimmt so ähnlich werde ich das auch handhabe also da wird dann wahrscheinlich auch das Qualifying und das Rennen am Sonntag auch zusammenkommen so wie bei Grand Prix 2 dann ist der Samstag allein frei für Rackfest das wäre eigentlich sogar noch besser und auch besser umsetzbar gleich haben wir es geschafft lalala geschafft lalala lalala möchte an der Stelle mich mal auch die Gelegenheit nütze mich mal bei allen zu bedanken die trotz dieses schwierigen Jahres 2018 mir die Treue gehalten haben auf dem Kanal und die auch die netten Kommentare auch an ja an alle die mir halt die Treue gehalten haben ich möchte jetzt da keine Namen nennen aber ich denke jeder der sich angesprochen fühle möchte kann sich angesprochen fühle und möchte mich mal bedanken danke dass ihr mir trotzdem zur Seite gestanden seid und ja war keine einfache Situation dieses Jahr ich hoffe dass wir 2019 in ein etwas vernünftigeres Jahr gehen ich möchte jetzt nicht überschwänglich werden und sage in ein Jahr der Extraklasse das wäre natürlich falsch in ein Jahr der Spitzenklasse zu gehen aber auf jeden Fall mal in ein besseres Jahr sodass da ein bisschen mehr Freude da ist vielleicht ergibt sich ja 2019 mal endlich das ein oder andere auf dem ich ja schon seit zwei oder drei Jahre hinarbeite und vielleicht auch das ein oder andere Mal zu wenig getan habe muss man ja auch mal ehrlich sein weil man kann ja immer rumjammern und ach das ist alles schlecht und mies man muss ja auch mal was dafür tun und das muss ich aber auch mal ehrlich zugebe habe ich auch 2018 auch ein bisschen zu wenig getan muss ich auch zugebe und deswegen möchte ich nein 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 ja fahr vorbei das war riskant möchte ich jetzt deswegen da nicht anfangen mit rumjammern wenn wir hier jetzt gleich die tour abgeschlossen haben wir sind gleich in kolovic angekommen und freue mich da schon drauf da sind wir schon wieder eine weitere tour abgeschlossen also das war mehr wie gesagt öfter sehe jedes spiel sehr interessante autobahn auffahrt habe ich so jetzt auch noch nicht gesehen ja wir sind jetzt gleich angekommen es gibt jetzt immer viel zu erzählen was ich nochmal anschneiden kann ist wie gesagt der twitter account und die facebook seite von beisler motorsport werden zum heutigen tag wo dieses kanal update rauskommt der erste zwölfte geschlossen also von ad bundesbeisler mache was ich aber noch behalte ist der kanal michaelbeisler.tv da kommt weiterhin alles was real life sache sind also vom st. antonsommerfest das steht 2019 auch wieder an das st. antonsommerfest steht 2019 auch wieder an das st. antonsommerfest da werde ich da muss ich noch den Andreas Müller da plane ich wieder ein besonderer auftritt aber das verrate ich noch nicht und das 24 stunden laufe kinderrechte das weiß nicht ob das dieses jahr was wird weil das zeitgleich mit dem sommerfest ist und da dürfen die von st. antonsommerfest nicht ausrichten wegen dem sommerfest müssen wir mal gucken aber solche videos kommen dann halt drauf oder mal so ein Format wie zum Beispiel mit Schweizer Scrabble Livestream bauen aber auch so verwinkelte Einfahrten hier komm jetzt Differenzialsperre aktiviere fahr raus also deswegen da auch Vereinheitlichung beim Social Media dass man das einfach nur noch auf einem Kanal alles hat und mehr gibt es dazu eigentlich nicht mehr zu sagen außer dass ich denke alles soweit besprochen ist der Beißler legt wieder los ab 2019 hat er ja auch schon angedeutet mit den diversen Specials die jetzt zum Jahresende schon rausgehauen worden sind auch eine F1 5 Runden Online Meisterschaft könnte durchaus mal wieder spontan reingeschoben werden also es wird auch mal wieder spontane Folge geben falscher blinker den müssen wir dann gleich setzen also da kann schon einiges auf euch zukommen so wir sind jetzt auch angekommen und damit sind wir auch am Ende vom Kanal Update also es hat jetzt komischerweise nur bei dem Schwert Transport so komisch geruckelt jetzt hat es nicht mehr geruckelt aber machen die auch immer so enge Einfahrten ja da kommt auch keine Sau durch egal wir haben es jetzt geschafft hier unsere Auswertung schon schon das nächste Level fast erreicht ja dann speichern wir das mal und dann würde ich mal sagen war es das hier mit neues vom Bundesbeißlers Kanal Update für Dezember das nächste Kanal Update natürlich wieder im regulären Taunus dann erst wieder im März 2019 und ja ich hoffe es hat euch gefallen hier und ihr seid jetzt gut informiert und dann sage ich schon mal danke dass ihr mir trotzdem 2018 zur Seite standet danke für alles 2019 geht es wieder los und dann sage ich schon mal falls man sich jetzt nicht mehr hören wird frohe Weihnachten gute Rutsch ins neue Jahr und dann sehen wir uns schon beim Jahresrückblick und dann wieder 2019 ich sage schon mal auf wieder Lorge viele Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal euer Beißler mit bis 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 bis